Gutschi Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play! Super Mario CD-Worlds! Was ist noch wollen wir sehen, was man hier soll? Warte, ich bin schon eher in Welt... Es ist viel! Nicht gedacht! Aha, so sie könnten. Andere Perspektive also. Menü? Ach, nee, Karte. Tatsächlich. Nee, Peach ist ein bisschen anders. Die 8-Bit-Version. Das ist auch mal so, oder? Grabelei in Canyon. Ist da was? Nö. Oh, Ärger. Gut doch noch. Hä? Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Siegwitz. Könnte ja sein. Aber, hm. War nur Aumeisen. Jupp. Aha. Was haben wir hier? Münzen. Können wir gut gebrauchen. Ah ja. Stopp-Attack. Ich frage mich. Ich frage mich. Gibt Bowser auch über nichts? Gibt... Ja. Tolle Idee, Leute. Ich frage mich. Gibt's auch ne Version von Bowser mit Katzenohren? Ich weiß nicht. Äh. Wird sicherlich witzig aussieht. Auf der anderen Seite wird da... Äh, ja. Würde da Bowser doch recht irgendwie den... Naja... ...flächliche Achtung verlorene Arme. Heilige Scheiße ist hier was los. Mach ich mal platt. Weil... Wenn ihr platt seid, dann seid ihr platt und dann nervt ihr mich nicht. Und ich komm dann auch... ...besser... ...da... ...hene. Ach, ich glaube, ich hab nicht alle Stempel. Das wird ja nicht mal alle Stempel gesehen. Was machen die da? Ah, der... Ach ne, das ist ein Rohr. Kann ich euch so erledigen? Das ist ja vielleicht die beste, bevor sie mich voll erwischen und ich krieg dann auch Punkte. Obwohl ich eigentlich... ...nicht so ein... ...gute Fan bin. Naja, vielleicht soll ich's nicht übertreiben. Weil... ...ich muss ja schließlich... ...da war doch... ...da war doch... ...da war doch... ...ä, Moment mal... ...ich... ...ich hab dich doch gesehen. Hä? Äh... ...ich hab doch da... ...den 8-Bit-Luigi gesehen. Da! Äh... Hallo? Da ist er doch! Da ist er doch! Seht ihr? Ah, da muss ich hin. Keine Ahnung, was das mit ihnen auf sich hat. ...ich sollte ich hier gleich mal... ...ja... ...so, ihr seid da auch mit zu helfen. Gute und... ...ernsthaft? Oh Mist! Oh Mist! Na bitte! Äh... Ernsthaft? Geht's mal ein bisschen schneller, Alter? Äh... ...ja, toll. Dass es dir nichts ausmacht. Äh... Ach komm, Peachy! Äh... Äh... ...ja... ...ja... ...ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr... ...ja... ...ja, ich hab jetzt sechs um mich umgebringt. Wie... ...was ist hier? Äh... ...was hat jetzt mit diesen Luigi auf sich? Ich meine, da ist doch einer! Ich bin doch nicht blind! Hast du ja meine Ahnung, da hinten ist auch... ...ich glaube... ...ja, muss ich natürlich einfach mal den Stern holen... ...ja... 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 Ich schätze mal, ich kann da als Peach immer auf die da rauf springen, müsste ja gehen. Irgendwie klappt das aber nicht. Oh, doch, es klappt. So. Das Problem ist neu, war da nicht noch irgendwas? Na gut, gehe ich erst mal lieber zurück. Bringen wir erst mal den Stellen, Sicherheit. Ja, tolle Idee. So viel zum Thema Sternensicherheit bringen. Okay, ich habe es gewusst. Ich habe es nämlich schon gewusst. Wenn ich sage, ja, das ist ein einfaches Spiel, dann kommt das Spiel und sagt, einfach. Ich will jetzt dir zeigen, was einfach ist. Das ist immer so. Ach so. Wenn ich den Knopf gedrückt halte. Also den Springknopf dann. Wenn ich mich nicht täusche, da war doch hier was, was ihr uns da hinbringt. Ja. Ja. Super. Ja, toll. Sonst bin ich den Vieh die ganze Zeit auf dem Gesicht rumgehüpft und jetzt mag er das nicht. Okay. Was für... Boah, Peach. Ja, sorry. Ich verliere jetzt mein ganzes Leben. Ich verliere jetzt mein ganzes Leben. Toll. Erstmal so großküssig. Oh, das ist ein einfaches Spiel und so. Und... Ja, her damit. Einfach sagen, ja, das ist ein einfaches Spiel. Und dann plötzlich... Boah, zack. Und tot. Äh, ja. Bin ich irgendwie jetzt unbesiebbar? Tatsächlich. Ja. So, ja. Was soll ich denn dann hinkommen? Ah. Reinig. Vielleicht muss ich rennen und dann... Nö. Okay. Na, so ganz so viel ist das schon mal so... Ah. Ja, jetzt kann ich auf sein Gesicht rumspringen. Vorhin konnte ich das aber nicht machen. Haha. Da steht das einer. Nein, Peach! Oh, gut. Äh, okay. War vielleicht gar nicht mal so schlecht den Weg zu nehmen. Okay. Ich bin extra dumm. Okay. Ich bin extra dumm. Was will. Was soll's. Aber so einfach macht er es eigentlich auch wieder nicht. Oh. Warum? Na ja. Wenn es... Ich meine... Mit diesem weißen... Tatsune Tanuki Kostüm... Dann können mich die gerne nichts anhaben. Aber... Ich hab nicht die Fähigkeit... Bei der Katze irgendwie zum Beispiel klettern. Also wirklich... Ja, auf der einen Seite ist es wirklich kinderleich und auf der anderen Seite vermasslich ist. Hm? Tolle Voraussetzungen, oder? Und äh... So, Leute. Äh... Sprecher. Äh... Sprecher. So, Leute. Wir... Äh... Sehen wir uns im nächsten Partner. Der heißt es hier, Matane. Guess��. Leute. Tsch Antlersst des Teile girlfriend. Hacksнул. In 1 000are.